Und da sind wir auch schon wieder mit der nächsten Folge von Dungeons & Dragons Dark Alliance. Wir sind jetzt mittlerweile endlich an den Step angekommen, dass wir uns das erste Dungeon angucken können. Die Maske des Kelvin und die Geister der Vergangenheit ist dann unsere erste Mission. Oh, hier können wir auch gerade mal auf Legende spielen. Auf Stufe 4. Denn es gibt dann sogar Stufe 6 noch insgesamt, bis Zwinger mit 4.000 Kampfpunkten. Oh, was? Ach, dann legen wir mal los. Das gehört sich um Legende, ne? Könnt ihr ja nicht mitmachen. Du warst doch selbst ein Zwerg in der Garten der Kleinstin. Ja, aber der stärkste, kleinste. Ja, stimmt ja. Irgendwann schwebst du einfach so durch die Luft, weil keiner weiß, dass unter dir so ein ganz kleiner Zwerg ist, der dich hochhebt. So wie Hulk Hogan und dich so durch die Luft wirbelt. A voice from the past calls me to the tomb of my forefather. Ich bin Uhtar Kelvinson, und heute werde ich wiederholen, was verloren ist. Wenn wir aus dieser Tome kommen, wir als Konkurrer sind, und Astoria wird uns wiederholen sein. Ich bin Uhtar Kelvinson, und ich bin Uhtar Kelvinson, und ich bin Uhtar Kelvinson. Die sind ein bisschen groß. Guck mal, wie wir alle so funkeln. Warum haben die da am Anfang einen Kratosaufgang? Ich bin Uhtar Kelvinson, und ich bin Uhtar Kelvinson. Ich bin Uhtar Kelvinson, und ich bin Uhtar Kelvinson. Ich bin Uhtar Kelvinson, und ich bin Uhtar Kelvinson. Ich bin Uhtar Kelvinson. Und tschüss. Hi. Bis gleich. Wenigstens passiert nicht schon hier sowas. Kannst du nicht auf dem Weg nach unten fragen, ne? Wie bei der Flugzeuge? Wie ist die Loop da unten? Ja. Was war das denn? Oh nein! Oh nein! Boah, gerade so überlebt, ey. Okay. Hinten ist, äh, ne Kiste mit so Lut. Halt. Schönen mich. Ey. Sag mal. Was ist das denn, Alter? Wollen wir uns da alle die Bodyblocks haben? Fettigste Dungeon, äh, und dann... das. Was? Ja gut, aber dann wahrscheinlich so Stufe 6 oder so. Mhm. Das will ich hier sehen. Nichts. Nichts. Schicke Höhle, schicke Höhle. Sieht schon cool aus, ne? Guck mal nach oben, ey. Boah, guck mal die Decke, ja. Das ist nicht cool aus. Die längste Sommer. Au, 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 au. Wir haben gerade hinzu. Es geht auf einmal irgendwas unter ihm. Könnten wir einen Halkreis bekommen, oder was? Oh, hier ist ein... Hier ist ein großer... Wenn du nicht von mir bei hast. Steven ist okay. Okay, nice. Danke. Ich bin tot. Der Berserker ist tot. Sie hält den ganzen ab. Ja, aber hast du gesehen, wieviel der Berserker die weggemacht hat, ey? Ich hab so'n... Was ist ein Berserker angeduckt? Nee, nicht wie der Berserker. Ich bin richtig viel abgezogen. Wie ist denn das hier? Ja. Das dauert eine Sekunde, ne? Das dauert eine Sekunde, ne? Das dauert nicht eine Sekunde, bis die Entscheidung gefällt ist, oder? Das dauert nicht eine Sekunde, bis die Entscheidung gefällt ist, oder? Hey, Leute, wollen wir... Linksum ging's auch noch, ne? Ich weiß nicht, wo's hier hingeht. Der Eisboy ist grad... Ja, weniger Eis. Uuuuh. Jemand hat da was... Hier, gerade hier. Kann der hier hoch sein? Kann der hier hoch sein? Ja? Hurra? Wir haben euch mal um den Einfragen. Ich hab' reinnert. Ich hab' hier mal um den Wacken gehalten. Ich hab' hier halt' einen Fragger mit einander steht. Da hab' ich gleich einfach mit meiner Tief auswenden. Ja, aber dann hieb' ich ja auch. Nein. Das wär' jetzt voller Waste. Mhm. Da find' er sich auch. aber nicht wollen wir es nicht nur wegen nur ein player sondern weil es nicht nur wegen nur ein player sondern weil es jetzt lieben gewesen wäre bei ihm anderen okay aber nicht nur fliegen ist der berserker großer weißt du er ist tot eine sekunde später er soll ich bin tot aber ist eine bitch was dein kammerkonto überzogen und dein kammerdyspo also müssen wir überlegen wo es lang geht weil links eben gerade ging es links unten auch lang na ja rechts sind aber ich habe geguckt es gibt keine keine flamme was macht ihr da eigentlich ich bin tot der gerade war tot und dir geht zu zweit im kampf wir hätten gleich mal beweiben ich will mal sehen ob du das schaffst oh danke ich kann nur einen beweiben mit der blöde hier 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 das ist doch auch statt mir vorbeizurennen das jetzt gesehen grüner giftiger sagt das ist wieder hier anklicken und warten 640 gold und jetzt haben wir es ja mann mal alter wie viel gold haben wir gerade gesammelt ja das ist fast 640 in dieser einen kiste und jetzt kommt ein video dann ist er links gerannt dann ist er rechts gerannt und dann geradeaus auch keine saugen dann hast du nur probleme wenn du kurz dahint alter guck mal wie es aussieht krass ja 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 ich bin nicht los pass auf die armen sind voll amal die sind voll schlimm weil die auf tuffel macht aber wieder zu spät ja es ist also dass das ein bisschen doof gemacht vor allen dingen kriegst das halt auch super selten irgendwie hier legendary stiefel das haus ich brauche das gold 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 ist alles am ehem und hier auch kaputt machen erst mal drauf haben wir alle den zwerg schlag den zwerg hallo wieder runter das ist der bogen schade ich das mal hier außerdem hier guck mal wo ich liege guck mal hinter mir dieses dieses gebilder kann man das kaputt machen mit einem wurf das war sogar ein ziel da hast du es gesehen dass du so unsteig warst davor gestorben ist vielleicht haben wir die schon zweimal übersehen so wie wir jetzt mal mehr sagen so wahrscheinlich mehr da als umgeweide was dreh, was war das? mach die platt schicklaue schicklaue tschüss Ja, der hat ja eigentlich gesagt, das ist selber. Ich bin auch eingefallen. Ich bin eingefallen. Der stand wieder auf. Hätte ich über den gescheitert? Nee, ich bin über die kurze Beine hingeschallt, Alter. Was ist das? Ein Stück Blech ist auf dem Boden liegt. Ich dachte, dass die Beine so kurz hin, und die Oden so groß ist die Gewichtsverlagerung halt scheiße, Alter. Die Ausmuchtung, Alter. Die Unmuchtung hat mich von dem Bein gehauen. Hier geht's noch mal hoch. Hier ist wieder eine Kiste. Aber stimmt, ist noch eine kleine, ne? Ja, oben, was ist hier? Ich bin zwar irgendwo, was? Oh fuck. Was ist links? Hier geht's auch noch hoch. Was war da oben? Ja, da habe ich gerade geguckt. Hier geht's weiter. Ach so, da oben. Ne, da oben. Hm, okay. Oh, hier ist ein Item. Oh ja. Und zu mir. Ein episches Item. Für den Zwerg. Ne, nur grün. Hier sind Frostwiese. Und Schliege. Er hat mich gewonnen. Easy. Geht's hit. Hehehe. Er stellt sich den Schiff auf. Nur macht der Verzrifter rein. Nö, damit der Oma euch heilt, wenn er schadet. Den krieg's ja ganz wenig Schaden. Hätte er zugehauen, hätte er heiler noch überlebenswahrscheinlich. Das ist einfach eine bestimmte Range, auf der ich wieder belegen kann. Ja. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Ah, hier oben. Ja. Was ist denn? Legendary? Ja. Zwei diese Runde. Nicht ganz von, ja, für dich vielleicht. Ganz von mit am Start. Legendary. So wie Dings. Die war mir doch nicht, dass sich hier einer für dich freut. Ja, komm. Hab ich Fuchs. Leuchtet was? Ja, nicht nur Büschen. Schauen Sie haben. Fuchs muss man sein. Boah. Oh, künftige Idee. Äh, hier ist ein großer Typ. Hier ist der Typ, der seine Axt in den Boden dauert. Oh ne. Du bist der Calvin, der schreckliche. Calvin, der schreckliche. Er muss mir steigbar, Alter. Der zweite. Das ist aber nicht. Oh, das ist der Destroyer. Oh, Alter. Oh, Alter. Der ist der Schuhe. Der ist der Schuhe. Der ist der Schuhe geworden, Alter. Alter, der hat hier so viel zu. Der ist der Schuhe. Der ist der Schuhe. Der kann nicht. Der ist so krass wie hier. Ja. Ich weiß auch nicht, ob da nicht. Wie geht es dann runter. Geht es runter? Oh ja, da ist so Geschichte, irgendwas. Busen ist schwer. Da ist es drin. Wahrscheinlich gleich brauchen. Um weiter zu kommen. Ah. Ich bin einfach so runtergesprungen, kannst einfach wie hier das was was ist. sie an dem eis vorbeispringen ja okay ich bin auch einfach das ist auch dafür gedacht dass du das gold und sowas was auf dem eis liegt holst dabei ist hier ist ja hier ist hier ist ich habe eine 3 gewürfelt aber gefällt mir die map das war das noch ich fahr jetzt rein ja geil ich hab mir extra hinten geguckt auf dem rück der rückgang natürlich eine wohltat jetzt kann ich die aussicht da oben nicht genießen ja ok ok vielleicht ich bin ne ich ne 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 es wird einmal kurz hier man kommt gar nicht zurück keine arme keine keks Ja, mal mal oder mal, Meganom? seltenheit hier geht es noch mal runter jetzt erst so oft das spiel gar nicht in 21 sich die ganze zeit im gesicht auch 21 zu 9 angebracht hier stelle ich mal drauf doch das war kein kitz ich sitze hier in der mitte hier das lustige daran ist auch gleich doof ich will der kult zu sein ich mache spaß kaputt die alte weniger schade sie der andere ist ein camping aber dafür will die zeit ganz so viel die sachen wie es nun wer kommt du kannst am wenigsten tragen guck mal ich habe dafür legendär bekommen ich habe mich hart fressen wird du in der jackhand liegen die rezeption nein die so grottig wieder ich habe nichts mehr bekommen was für 30 prozent reduzierung der ausdauerkosten das ist schon das ist schon saftig würde ich sagen ich krieg nur noch ich krieg nur noch tieferes zeug anstatt rüstung statt 4 20er kriege ich jetzt so 16 und 17 also ist einfach ausgelevelt ja aber selbst aber selbst aber wirklich selbst die selbst die die grünen sachen und blauen sachen müssten ja trotzdem höher sein aber es ist nicht der voll mein kopf ist einfach weg meine animationen vom kopf ist aber weg hast du eigentlich schon alles auf letztendlich ich habe drei legendaries interesse spiel nur eigentlich mehr darauf ob es legendary oder episch ist oder auch auf die teile dass sie von einer von einem set sind ja wenn du sie ja alles ich habe ein beispiel bei dem legend der wie trotzdem vier von acht set bonis obwohl das nicht alles legendaries nein ich meine nur ob jetzt er darauf geht dass ihren legendary anzieht oder dass ihr das gleiche also zum gleichen set das anzieht das ding ist wenn du ein legendary nimmst und war die ganzen bonis miteinander vergleicht was da war viel viel mehr werte darauf also zum beispiel bei der hose habe ich vier verschiedene werte drauf das ist schon hart genauso wie auf dem umhang auf vier verschiedene werte sind einfach nur vier verschiedene braune flecken die trophäen da hinten in den in den in den aussparungen holen sie kleinen figuren die bestehen das ist ein piraten hut kaufen wir haben auf jeden fall das erste kärle sind abgeschlossen das zweite wäre die zerstöße statt aber das schauen wir uns dann auch wieder erst in der nächsten folge an wir bedanken uns wieder fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat denkt dran abonnieren glöck aktivieren verpasst nicht die nächsten videos in dem sinne auto rein schau bis zum nächsten mal